Ja, Leute, heute beim Ein-Minuten-Star Peter Krause. Hallo, Peter. Hallo, hallo. Ja, Leute, und zwar ist Peter, wir hatten ja schon den neuen Donut-Duck-Sprecher, Robin Schmidter, und viele haben mich gefragt, was ist denn mit dem alten Donut-Duck-Sprecher passiert, Peter Krause. Und hier ist er. Hallo, Peter. Wie kam es denn dazu, dass du es nicht mehr sprichst? Naja, von 1988 bis 2019 habe ich das ja alles gesprochen, und dann hatte ich eine Gehirnblutung, so ähnlich wie ein Schlaganfall, und es hat irgendwie die linke Gesichtsseite auch ein bisschen lahm gelegt. Das heißt, genau die linke Backe, wo irgendwie Donut-Duck entsteht, wurde im Prinzip, ja, daum gelegt. Verstehe, verstehe. Und machst du denn jetzt noch andere Sachen beim Syncron, oder bist du jetzt erstmal ganz raus soweit? Ich habe von Anfang an nur Donut-Duck gemacht und wurde nur für Donut-Duck geholt, merkwürdigerweise. Und kannst du trotzdem mal was vormachen, wie es jetzt bei dir klingt noch? Ja, also zwei.